Was geht ab, Leute? Heute spiele ich mal wieder Fortnite und nein, 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 das sind meine Waffen. Auf jeden Fall, Leute, heute spiele ich mal wieder Fortnite, da ich einfach lange kein Fortnite gespielt habe. Und nein, ich spiele kein Solo, ich spiele gerade Kromkeile und das hängt so hart. Wenn es jetzt nicht aufhört zu hängen, dann werde ich auch nicht weiter. Und ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt einfach ganz normales Video drehen, weil mir fällt keine Challenge ein. Und danke, dass mein vorletztes Video ein bisschen gut bei euch angekommen ist. Das hat acht Klicks bekommen und ich würde mal sagen, da ist Gegner, da ist Gegner. Ich habe den fast getroffen, ey, Junge, nein, Alter. Der klaute mir immer mein Kill, schluss dir. Und ja, ich würde mal sagen, Safri, wir gehen einfach weiter und weiter, wir suchen einfach nach Gegnern und wir machen ein bisschen Kill. Weil immer, immer, wenn ich nicht, äh, Dings da aufnehme, dann bin ich nicht gut. Aber in Aufnahme bin ich immer so kacke, weil es immer hängt. Okay, ähm... Nee, das... Ist da irgendwo Gegner oder nicht? Okay, das Spiel funktioniert nicht mehr. Nice! Ich kann mich nicht bewegen. Da, man, man kennt sich, kann mich einfach nicht bewegen. Ja, immer dasselbe. Immer, wenn ich aufnehme, dann geht das nicht. Aber wenn ich nicht aufnehme, dann geht das. Komm, Junge. Ich will doch einfach nur zocken, ey. Komm. Leute, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich gehe jetzt einfach gleich raus. Ja, ach, nee, doch, das geht, Leute, das geht doch. Okay, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach Kills. Und, ähm, ich würde mal sagen, ja, viel, viel Spaß. Okay, auf jeden Fall, wir bauen hier jetzt einfach eine Treppe ganz easy. Ja, äh, ganz easy. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, die Zone. Wir sehen, ey, die Zone hat uns fast. Ich habe gar nicht mal auf die Zone geachtet, ey. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach weiter nach Gegnern suchen. Und, äh, ich würde mal sagen, naja, wir gehen jetzt einfach weiter. Da, bei diesem Haus wurde schon gelootet. Ja, okay. Aber mal. Hä, warte. Da ist, da kommt Loot Drop. Aber, ja. Wir nehmen das einfach nicht. Weil wir es halt nicht nehmen. Okay, ähm, ja, wir gehen jetzt einfach. Hier landet irgendwo einer. Hier ist irgendwo ein Gegner. Hier landet irgendwo jemand. Da, 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 da vorne, ey. Bitte bleib einfach still. Bitte bleib. Scheiße. Das wäre, das wäre perfekt gewesen. Ich gehe einfach dorthin. Und wenn ich den Kill schaffe, ich bin Weltmeister. Oh mein Gott, ich habe den, ich habe den Shot gemacht. Zum Wild. Auf jeden Fall, ich habe den. Scheiße. Aber los, die Kill. Ich habe, aber Leute, ich habe einen Kill gemacht. Das ist auf jeden Fall, das ist aber sehr nice. Aber den anderen konnte ich nicht nehmen. Weil da, mich immer killen muss, Alter. Immer muss er mich killen. Aber egal, Hauptsache, wir haben einen Kill gemacht. Und wir werden jetzt auf jeden Fall respawnen, Leute. Oh mein Gott, zu wild. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir landen jetzt irgendwo, wo zunächst dann die Zone kommt. Also hier. Okay, ich hoffe, hier ist irgendwo ein Gegner. So, so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich würde mal sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hier und ich hoffe, wir machen mal einen Scheiß Kill, Alter. Immer dieselbe Sache. Okay. Komm, komm, komm. Ey, wer... Oh, das wäre perfekt fürs Video gewesen. Okay, ähm, hier ist... Da sind Gegner, da sind überall Gegner. Komm. Ja, okay, der bewegt sich nicht, deswegen schieß ich hinein. Oh. Wer hat mich jetzt gekillt? Oh mein Gott. Immer werde ich gekillt. Ja, aber scheißegal, füge Gegner Schaden zu. Ja, nice. Nice. Jetzt auf jeden Fall werden wir wieder respawned. Und das dauert einfach viel zu lange. Warum auch immer. Okay, ja, jetzt sind wir wieder hier. Oh mein Gott, da ist ein Gegner. Da sind Gegner. Ich würde mal sagen, wir nehmen deren Ehre jetzt, Alter. Jetzt reicht es jetzt. Wenn das nicht so... Ey, das soll auch wenn so hart so hängt. Da klug doch mal meine Kills. Ey, das wäre perfekt fürs Video gewesen. Oh mein Gott. Und ja, jetzt muss ich halt nach Gegner suchen, ne? Weil, weil jeder muss mir ja halt Kills klauen. So, das ist das Problem, gell? Okay, ich würde mal jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach weiter. Das fackt so ab. Das hängt immer wieder. Ja, hallo, funktioniert... Ja, jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Das hängt schon wieder. Das hängt schon... Das hängt schon wieder. Ey, willst du mich arschen? Geh doch mal jetzt. Immer dasselbe. Das ist immer dasselbe Problem. Immer wenn ich nicht aufnehme, dann hängt das gar nicht. Aber wenn ich aufnehme, dann hängt das richtig hart. Ich bin genau so mein WLAN gerade. Ich schaue auf alles. Ich schaue auf Koran. Ey. Komm. Das... Ja, man kennt's. Das hängt schon wieder. Da ist Gegner, da ist Gegner. Da ist Gegner. Komm, ey, wenn ich jetzt... Wenn ich ihn... Scheiße, das wäre geil gewesen, wenn ich ihn getroffen hätte. Ey, hier ist irgendwo Gegner in meiner Nähe. Wo? Wo? Keine Ahnung. Gegner, Gegner. Wo bist du lang? No, scheiße. Da hat mir den... Ach, scheiße. Ey, wenn ich denn jetzt treffe... Ich hoffe, ich hoffe, ich treffe den jetzt. Ey, komm, bitte. Geil. Geil. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach weiter. Okay, der Gegner ist auf jeden Fall gestorben. Und, äh, ja, hier ist... Da war ich, glaube ich, ein Gegner gewesen. Aber ich weiß nicht ganz genau, wo er war. Da wurde gerade... Ey, du killst nicht meine Leute. Ey, hör mal. Hör auf, meine Kiel zu klauen. Oder ich werde nur sauer. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach weiter. Und wir machen Kiel. Und dann können wir uns freuen. Hallo? Muss das... Ey, muss das schon wieder hängen? Oh, nee. Okay, Leute. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert ein bisschen wieder mein Spiel. Äh, ja, auf jeden Fall. Da sind drei Gegner. Ich schieße mal erst mal diesen kleinen... Als ob ich den nicht getroffen habe, Alter. Willst du mich gerade... Ja, wenn ich... Ich habe ihn einfach nicht getroffen. Manche Leute, die treffen ihn einfach einen Meter. Die schießen einfach vor denen. Und dann werden die noch getroffen. Weil die dann vorbeilaufen. Da, wo geschossen wurde. Ey, das hängt so mega hart. Ich hoffe, ich schaffe einfach trotzdem den Kill. Ey, bitte bleib einfach stehen. Bitte. Ach, dieses Spiel. Das macht einen so richtig hart. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Bei mir hängt das immer wieder. Wirklich. Immer wieder. Okay, ich will mal sagen, jetzt gehen wir einfach weiter. Äh, da wurde auch schon mal so eine Rakete geschossen. Okay, da unten ist ein Gegner. Der hat gerade mein Team hat angeschossen. Nein, nein, so geht das nicht. Ey, ich schieße dich jetzt. Ab. Und auf jeden Fall... Okay, das Spiel funktioniert wieder nicht. Also, ich habe den getroffen. Während ich bei mir gehängt habe, habe ich ihn trotzdem getroffen. Nice, Alter. Geil. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter, weiter. Und immer weiter. Okay, so, so. Da wurde eine Falle platziert, aber ich falle nicht drauf rein. So, 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 so. War das Gegner? Ah, nee, das war Teammate. Du Scheiße. Ey, ich habe mich so erschrocken. Hier wurde schon gebaut, also hier waren eh Gegner. Hier ist irgendwo Gegner. Nee, ich höre diese Schritte. Hallo, Gegner, wo bist du denn? Gegner? Ey, Gegner. Ja, bei mir hängt das auf jeden Fall wieder. Das ist natürlich, ja, sehr beruhigend bei Handy. Bei Loot-Shops sind ganz viele, Alter. Ey, komm, bitte. Ich will einfach nur ein verpickten Tilt schaffen, aber nein, der muss bauen. Der muss bauen und ich mache nur mit Waffe. Okay. Ich will einfach nur einen Gegner treffen. Ich schwimme einfach mal dort hin. Ich wusste nicht, dass man bei Fortnite schwimmen kann, aber das geht ja doch. Okay, okay, so, so, ich nehme mal diese Waffe, ja. So, so, ich lege die mal lieber weg. Und wo sind die Gegner jetzt hin? Sind die... Hä? Ah, da ist einer. Der bewegt sich nicht, oder? Oh mein Gott, ich habe den getroffen, 1000 Schaden. Oder? War er statt 1000, oder was? Keine Ahnung. Ey, du bleibst stehen, Junge. Sorry. Ja, auf jeden Fall getroffen, Alter. Geil. Jetzt kommt der nächste Gegner. Oh ja, das Spiel muss auf jeden Fall mal wieder kurz hängen. Und ja, das Spiel muss mal wieder kurz hängen. Ey, Leute, sorry für diese Störungen, aber ich kann nichts dafür. Das hängt einfach immer wieder. Wirklich immer wieder. Oh mein Gott, Leute, das Spiel ist fast vorbei. Ey, und ich komme mit sechs Kills. Sieben. Okay, äh, da ist, da ist gegen... Scheiße! Scheiße, Alter, das wäre perfekt fürs Video gewesen, aber nee. Okay, okay. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt, glaube ich, mehr. Ja, ja, wir haben mehr Punkte, oder bin ich rot? Ja, ich glaube, ich bin blau. Ja, ich bin blau. Was macht das auch? Da war ein Gegner einfach auf Baum oben. Warum, wer denkt der, wer ist? Ist der Wald? Baum, oder was? Acht Skills, auf jeden Fall nice. Ich will... Aber ich wollte den Gegner treffen. Ey, wer schießt... Wer schießt mich hier? Scheiße. Fuck. Ich bin... Ich bin immer viel gut bei Gruppenkeile, aber gerade jetzt bin ich schon scheiße. Ich habe einmal drei Skills gemacht. Ich hoffe, alles. Okay. Ich gehe mal jetzt weiter, weiter, weiter und wie mal weiter. Ich würde mal sagen, wir landen jetzt einfach. Da, da, es geht noch. Ey, komm, bitte, ich will den schießen. Ich will den töten. Okay. Auf jeden Fall, ich wollte... Ich hatte den Fass gekillt, aber nein, da musste mich noch jemand killen und jemand musste den Kill klauen. Das ist ja natürlich sehr normal im Fortnite. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt... Ich weiß. Hä? Was? Warum habe ich diesen Skin? Ich habe Lebkuchenmann Skin, aber scheißegal. Auf jeden Fall, Leute, wir haben auf jeden Fall diese Runde gewonnen. Und ich würde mal sagen, ja, wir sehen jetzt... Okay, Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt bei der nächsten Runde. Und ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt einfach mal wieder mit Gruppenkeile. Und ja, hier ist auf jeden Fall der Shop. Und ja, das gibt es den Sumpfjäger und Skin oder so. Hier eine Spitzhacke und ein Ding da, ja. Keine Ahnung, wie das heißt. Falsch immer oder so. Und ja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann einfach gleich bei der Runde. Und, ähm, joa. Ich hoffe, wir gewinnen einfach wieder. Und ich hoffe, die Leute klauen nicht immer meine Kills, weil das ist immer dasselbe Problem. Jeder klaut immer meine Kills, das ist halt normal bei mir, immer dasselbe. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal Livestream machen soll. Ich will probieren, Livestream zu machen, aber auch wenn die, auch wenn die geht ja kein Livestream. Ich muss dann auf PC Livestream und auf PC spielen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man auf PC streamt. Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, soll ich mal auf PC, ähm, ja, halt Livestream. Und, joa, ich würde mal sagen, wir warten jetzt einfach mal, bis dieses Scheiß, ähm, wieder geht. Und, äh, ja, auf jeden Fall, äh, ja, wir sind jetzt schon drin und, äh, ich nehme mal die Waffe. Und, äh, mein Internet ist auf jeden Fall sehr nice. Wie ruhig auf einmal, ja, okay, ich würde mal sagen, äh, ich, ich mache jetzt einfach gar nichts. Ich bleibe einfach so, weil ich weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll, oder... Ey, jemand schießt mich, aber ich bleibe einfach locker. So, da ist ein Name an Ausgeln. Ich war auch an Ausgeln, aber, ja, das macht ja nichts. Okay, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt bei diesem Bus, äh, ich würde mal sagen, wir landen jetzt, please in the park, äh, und, äh, let's go! So, und, ähm, ja, wenn ihr wollt, dass ich öfter mal, ähm, Fortnite jetzt wieder spiele, weil ich spiele öfter Brawl Stars, Hello Neighbor, Hello Neighbor glaube ich nicht mehr, weil ich habe einfach keine Ahnung, wie es dort jetzt weitergeht. Aber, ja, schreibt mir in die Kommentare, soll ich jetzt öfter Fortnite zocken? Und, äh, ja, ich weiß, dass ihr erst jetzt wieder was hört, weil ich habe Dings da ausgeauft, äh, ja. Pumpgun, auf jeden Fall Granate, nehmen wir, glaube ich, auch mit, falls wir die überhaupt mal brauchen. Und, äh, ja, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal auf Ehre, die Treppe hier. Ja, man, die Treppe. Äh, so, hier ist wieder eine Pumpgun. Okay. Unten ist die Kiste, aber ich glaube, wir gehen da dann gleich hin. Und hier ist schon wieder. So, ich mach mal, nehm mal ein bisschen Material, äh, weil ich brauche ein bisschen viel Holz, um bauen zu können, weil, ich will das Baumeister Brawl spielen. Ich schlaufe alles, ich, ich, ich bin nicht so schlecht, wie ihr es immer seht, aber ich bin wirklich gut. Ja, nicht wirklich gut, aber bei Krummkeile bin ich auch ziemlich gut. Okay, hier ist eine Kiste, die, Jadgewehr, und da ist eine Munitionskiste, und, ja, Munition. Ach, nee, hätte ich nicht gedacht. Und, ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach irgendwo hin und suchen nach Kisten oder sammeln Material. Äh. Ey, da ist ein Fußball. Ich spiel mal mit dem. Komm, komm. Ich kann nicht meinen Ball nur mal schießen. Ey. Ich kann nicht meinen Ball schießen. Komm. Komm, man. Ja, ich schieße dagegen. Man kennt's. Scheiß drauf, kein Bock mehr. Und, ja, ich würde mal sagen, wir suchen jetzt mal nach Kisten oder holen einfach Material. Und, ähm, ja. Da ist eine Munitionskiste und eine Falle, sogar, ja, die Falle können wir dann irgendwo platzieren. Und, äh, ja. Und, ja, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Material, weil ich will ja auch ein bisschen mehr bauen in dieser Runde. Und, Leute, ey, bitte abonniert mich. Ich will, ja, okay. Ey, aber, Leute, bitte abonniert mich. Ich will die 100 Abonnenten schaffen, weil bei 100 Abonnenten mache ich, werde ich wahrscheinlich dann einen Livestream oder so machen. Ich werde mal probieren, erstmal, wie man einen Livestream macht, weil ich habe gestern probiert, einen Livestream zu machen für euch, aber das ging irgendwie gar nicht. Ja, okay, das ging, aber ich konnte den Livestream nicht sehen. Ich habe halt dann auf mein Handy geguckt, aber das ging dann halt einfach gar nicht. Und, äh, ja, da sind, kann man, kann ich jetzt mit den Autos fahren, oder? Das, ja, okay. Verbände, da. Ja, okay, mit den Autos kann man nicht fahren, weil ich dachte, man kann mit den Autos fahren, da ist noch eine Pistole, aber ich will halt nicht, nicht die Pistole nehmen. Wir schwimmen, wir schwimmen jetzt weiter. Okay. Oh mein Gott, die haben vier Kills und wir haben auch vier Kills. Okay, ich würde mal sagen, wir müssen uns jetzt eine bisschen anstrengen. Und ja, mein, 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 mein Internet ist auf jeden Fall wieder beste. Okay. Hier muss doch irgendwo jemand sein, oder nicht? Hier ist keiner. Ey, okay, Leute, ich muss mich jetzt... Ach so, ich bin schon in der, ja, Zone. Ich dachte gerade, ich bin in den Sturm. So, so. Aber hier ist doch keiner, oder? Ja, ganz weit weg sind. Ui, yo. Ich kann mir einfach hier eine Waffe holen, oder? Soll ich das machen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier ist die, oh mein Gott, hier ist die Sniper, Alter. Yo, Leute, ich bin's wieder mal. Ich wollte nur kurz sagen, dass die Aufnahme irgendwie abgestürzt ist und so weiter. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, damit ihr keine Sachen verpasst. Und ja, ich würde mal sagen, ciao.